Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung und gleichzeitig trifft langsam aber sicher die Technik ein für das neue Projekt. Heute stelle ich euch die Thermocontrol von Reef Factory vor. Was sie kann, wie sie eingerichtet wird etc. erfahrt ihr alles gleich. Ja Leute, Thermocontrol von Reef Factory. Ein weiteres Puzzle in der Gesamtfamilie der smarten Geräte, die ich mittlerweile auch einsetze. Thermocontrol ist im Prinzip nichts anderes, wie wir auch von den anderen Geräten, von anderen Herstellern kennen. Aquamedic etc. pp. Es ist ein Sensor. Dieser Sensor überprüft unsere Temperatur. Wir geben einen Temperaturbereich an. Dieser Temperaturbereich wird überwacht. Ist es zu kalt, wird geheizt. Ist es zu warm, wird dann dementsprechend ein Lüfter angeschaltet. Wenn man dann einen Lüfter hat und angeschlossen hat. Warum jetzt ein Thermocontrol von Reef Factory? Aus dem ganz einfachen Grund. Dieses Gerät wird mit in Smart Home bzw. hier ins Smart Reef integriert. Und ich habe die Möglichkeit, die Temperatur von überall zu überwachen. Das heißt, aus meiner App heraus, über den Browser etc. pp. Wo ich halt gerade drauf zugreifen kann. Und habe somit die Möglichkeit, die Temperatur vernünftig zu überwachen. Und bekomme natürlich auch in meinem Dashboard eine entsprechende Übersicht über den Temperaturverlauf. Damit ich das Ganze besser kontrollieren kann. Ist mit den Systemen, die wir so kaufen können, erstmal nicht möglich. Aus der Fernsehüberwachung. Deshalb dieses Gerät von Reef Factory mit dem Smart Anteil. Die Verpackung, ganz normal. Auf der Kopfseite haben wir die entsprechende Seriennummer. Die jetzt gleich auch der Name unseres Netzwerkes ist. Und dann schauen wir uns erstmal an, was alles drin ist. Wie es aufgebaut ist. Wir haben erstmal hier jede Menge Grobanleitungen bzw. Inhaltsangaben. Was alles da ist. Beziehungsweise wo was hingehört. Dann haben wir hier die eigentliche Thermocontrol selber. Da wäre sie fast rausgefallen. Und dann packen wir das mal auf die Seite. Wir haben einmal das Display hier. Wo dann dementsprechend mir die Temperatur angezeigt wird. Und wir haben die Einheit an sich, die wir anbringen können. Hier hinten haben wir dann dementsprechend die Möglichkeit, das Ganze an die Wand zu bringen. An der Einheit selber haben wir hier einmal eine Schneeflocke. Und da einmal das Heizzeichen. Das heißt also, die Seite ist fürs Kühlen. Die Seite ist fürs Heizen. Wird nachher auch noch farbig hier oben angezeigt. Was haben wir noch auf der Rückseite? Und auf der Seite nochmal die entsprechende Seriennummer, die gleich wichtig wird für unser Netzwerk. Und auf der Oberseite den Aufkleber für den Reset. Hier befindet sich dementsprechend ein Neodyn-Magnet drin. Wenn wir den da dran halten, wird das Gerät, wenn es eingeschaltet wird, auf entsprechende Werkseinstellungen zurückgesetzt. So, einmal die Sonde. Einmal die Anzeige. Das wäre das. Ich packe das mal davor. Und natürlich der Netzstecker. Mehr brauchen wir im Prinzip schon nicht. Und natürlich erstmal ein Internetgerät, um das Ganze einzurichten. Ich bereite das mal vor und wir sehen uns gleich wieder. So Leute. Ich habe das Ganze mal so ein kleines bisschen Versuchsaufbau gemacht. Grundsätzlich gilt, wenn ihr das Gerät einschaltet und ihr habt eine Raumtemperatur unter 23 Grad, wird der wahrscheinlich lospiepsen, weil er nämlich ab 23 Grad einen Alarm drin hat. Deshalb habe ich den jetzt hier schon unter Wasser gepackt. Sollten uns auch ein kleines bisschen beeilen. Das Wasser kühlt nämlich ab. Und ich stecke das Ganze mal ein und wir schauen mal, was passiert. So, einmal Hallo sagen. Genau, einmal Pieps. So, da haben wir es dann im Prinzip schon. Wir haben hier oben die beiden Anzeigen. Die Anzeige leuchtet jetzt gerade, weil er in den Bereich kommt Heizen. Das macht er schon werkseinstellungstechnisch von selber. Und wir haben aktuell eine Temperatur von 23,3 Grad. Ich gehe mal hin und ihr kennt das Spiel bei mir. Ich werde das Ganze mal gegenmessen. Geht relativ zügig. Ihr merkt, die Temperatur fällt. Ich sollte mich beeilen. So. Ich drücke auf Hold. Hat er es. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich zoome es mal ein kleines bisschen mit rein. 23,2. Also genau das Gleiche, was das Gerät auch tatsächlich angezeigt hat vorne. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen wärmeres Wasser. Jetzt gehen wir mal hier rüber. In den Bereich. Da seht ihr dann, da steigt dann die Temperatur auch schon direkt an. Geht über die 25 hinaus. Und, ähm, A. Genau, ihr hört der Alarm. Und ihr seht, die andere Seite ist angegangen zum Kühlen. So. Gucken wir mal, dass wir das schnell wieder runterkriegen. So. Ihr seht, die Temperatur ist jetzt ein kleines bisschen gefallen. Ich habe ja auch hier in dem Glas jetzt ein bisschen warmes Wasser reingepackt, damit wir etwas mehr Zeit haben, bevor das hier wieder losgeht. Also, ihr seht, ohne jetzt großartig schon das Ganze eingerichtet zu haben, funktioniert das Gerät ohne Probleme schon im Vorfeld. Kommen wir aber jetzt zur Einrichtung. Dafür nehme ich euch mal hier mit auf das Pad. Und dann schauen wir uns das Ganze erst mal an. Wir haben jetzt hier, wie ihr seht, die entsprechende Übersicht von meinem Smart Reef. Und jetzt müssen wir dieses Gerät hier einarbeiten. Das heißt, wir müssen das Netzwerk wechseln. Ich gehe dementsprechend dafür, ja, ist ja gut, in das entsprechende Netzwerk hier rein. Was mir angezeigt wird. Und das ist hier das RFT. RFT C0. Genau. Da müssen wir rein. Und, klar, da fragt er mich dann dementsprechend nach einem Passwort. Das ist wieder Reef Factory. Alles kleingeschrieben. Dann gehen wir auf Verbinden. So. Ja, genau. Keine Internetverbindung. Eben kurz. Wo bin ich da? Verbindung wird hergestellt. Kann er nicht herstellen. Wir gehen jetzt mal auf die Bedienungsanleitung. Die habe ich mir nämlich schon zuvor rangeholt. Und dann müssen wir auf Thermocontrol.io. Das ist das Einfachste. Und da sind wir dann jetzt auch bei dem entsprechenden Einrichtungsbildschirm, den ihr schon von den anderen Geräten her kennt. Wir gehen auf Deutsch. Gehen auf Weiter. Und hier haben wir jetzt schon mal die grobe Vorkonfiguration des Gerätes. Da sehen wir einmal den roten Bereich links und rechts. Der ist einmal bei 23 Grad und einmal bei 27 Grad. Das heißt, ab diesem roten Bereich schlägt das Gerät Alarm oder gibt dann dementsprechend eine Push-Meldung weiter. Und dann haben wir den Bereich, in dem er heizen soll. Also sprich, zwischen 24 und 26 Grad soll er dann dementsprechend arbeiten, beziehungsweise das ist unser Temperaturbereich. Die Haupttemperatur, die wir haben wollen, ist in der Mitte, die 25 Grad. Das heißt, kommt er auf die 24 Grad, heizt er bis 25 Grad hoch, schaltet ab. Kommt er über die 26 Grad, schaltet er die Kühlseite ein und kühlt bis auf 25 Grad runter. So, und alles, was da drüber ist, wie gesagt, kriegen wir einen Alarm. Dann haben wir da drunter die Einheiten, die wir wählen können. Celsius und Fahrenheit. Und, das mache ich jetzt als allererstes, ich schalte jetzt erstmal den Alarm ab. Ja, ich lasse das erstmal alles so stehen, das können wir im Nachhinein immer noch wieder konfigurieren. So, jetzt muss ich nochmal kurz unterbrechen, weil ich nämlich mein Passwort für das entsprechende Netzwerk jetzt gleich hier noch kopieren muss. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wir wählen das entsprechende Netzwerk aus. Der möchte das Passwort von mir haben. Ich setze ein und dann warten wir kurz ab, bis er sich verbindet. Da hat er sich verbunden. Dann können wir weitergehen. Da ist auch oben links die Adresse eingeblendet, unter dem das Gerät jetzt im Netzwerk zu finden sein wird. Und jetzt muss ich natürlich eben mal kurz meine Anmeldedaten eingeben. Das Gerät wurde erfolgreich angemeldet und wir können jetzt im Prinzip das Netzwerk wieder wechseln, zurück ins entsprechende normale Netzwerk. Und dann werden wir das Gerät hier auch dementsprechend im Smart Reef jetzt gleich wiederfinden. So, da sind wir drin und ihr seht, ist dann auch schon die Thermocontrol angezeigt. So, schauen wir uns das Ganze noch etwas genauer an. Wir haben jetzt einmal hier, Übersicht ist noch nicht drin, weil wir das Ganze noch nicht zugewiesen haben. Das machen wir jetzt als erstes. Wir weisen das Gerät jetzt erstmal meinem aktuellen System zu. Und zwar geht es hier auf den Reef. Klar, logisch. So. Da unten haben wir es, die Thermocontrol. Und jetzt gehen wir in die Übersicht. Und da haben wir dann dementsprechend auch die Möglichkeit, den Temperaturverlauf dann im Weiteren abzugreifen. So, gehen wir zurück auf das Gerät selber. Dann schauen wir uns nämlich die Einstellungsmöglichkeiten an. Und wie ihr seht, haben wir auch hier die Möglichkeit, die Temperatur zu kalibrieren. Das heißt also, wenn ich eine Möglichkeit habe, wie zum Beispiel hier dieses Thermometer, was ich habe, wo ich ganz genau weiß, dass das definitiv die richtige Temperatur anzeigt, habe ich hier die Möglichkeit, dementsprechend die Temperatur anzugleichen. Also sprich, einen Korrekturwert einzugeben, damit auch die entsprechende Temperatur hier angezeigt wird und wir damit arbeiten können. So, dann haben wir die Möglichkeit, wie gesagt, die Units auszuwählen. Also sprich, Celsius oder Fahrenheit. Wir können den Sound ausstellen. Und wir haben hier oben, das zeige ich euch auch nochmal kurz, haben wir auch noch ein Licht drauf. So, dieses Licht können wir dann auch ein- oder ausschalten. Also, so. Und dann haben wir auch, wie gesagt mal, extra Beleuchtung im Technikbereich dann deaktiviert. Habe ich gehört, gibt es von einigen Geräten, wo das wohl nicht geht, aber entweder ist das eine Software-Sache oder eine Hardware-Sache, kann ich euch nicht wirklich sagen. Hier an diesem Gerät funktioniert das. So, und jetzt muss ich mal eben kurz ein kleines bisschen hier einstellen. Die 27 Grad, Alarm ist zu hoch und anfangen tut er bei mir bei 27 Grad zu kühlen. So, das ist jetzt mein vorprogrammierte Temperatur. So, und das Heizsystem geht ab der entsprechenden Temperatur los. Ne, bei 24 Grad, sorry, so. So, ja, war ein gewöhnungsbedürftiges System für mich, weil ich normalerweise das anders kenne, aber hier ist es tatsächlich so, folgendermaßen. Schaut auf den Bildschirm. Wir haben die Möglichkeit hier, das Heizsystem dementsprechend zu verändern. Und ihr seht, wie die programmierte Temperatur, zu der wieder zurückgegangen wird, dann verändert wird. Wenn ich jetzt tatsächlich will, dass ich erst, dass das Kühlsystem erst ab 27 Grad anspringt, dann ist auch die vorprogrammierte Temperatur an sich selber bei 25,5. Kann ich das Ganze jetzt, möchte das jetzt etwas tiefer haben, tatsächlich nur auf 25, dann muss ich das Heizsystem etwas runterziehen oder die Kühlung. Das ist ja dementsprechend, kann ich mir das dann im Sommer, wenn es wirklich zu warm ist, kann ich mir das etwas höher ziehen. So, dass ich meinetwegen bis auf 25,5 oder entsprechend runterziehe, weil ich werde im Sommer definitiv, wenn ich die Probleme mit der Hitze habe, niemals die Problematik haben, dass mein Temperatursystem unter die, meinetwegen 23,5 fällt. So muss ich dann dementsprechend mit diesem Gerät hier arbeiten. Wenn ich jetzt aber Dings möchte, pass auf, 24,3 ist das unterste, was ich haben möchte und du sollst auch 25 bleiben, dann muss ich das Kühlsystem etwas runterziehen. Also ihr seht, ihr müsst da ein kleines bisschen mit arbeiten. Ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ist eigentlich auch durchdacht, weil ich kann das dementsprechend dann an die entsprechenden Jahreszeiten anpassen. Gut, ich werde das Ganze jetzt verbauen und ja, viel sehen werden wir davon nicht können, weil ich momentan nicht den Platz habe, das Ding, ich sage mal, formschön aufzuhängen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil die entsprechenden Kabelagen momentan nicht bis dahin gehen könnten. Was ich noch sagen wollte, grundsätzlich hier an so ein Gerät, Moment, wo habe ich ihn, sollte man nach Möglichkeit mit Titanheizern arbeiten. Aus dem einfachen Grund, die sind darauf ausgelegt, dass dementsprechend direkt Saft draufkommt und hier drüber geschaltet wird. Titanheizer brauchen grundsätzlich so ein Gerät, also eine Thermocontrol oder ein Gerät, was die Temperatur überwachen kann, weil sie selber keine Temperaturkontrolle haben. Alle anderen Heizstäbe, wo wir die Möglichkeit haben, das Ganze einzustellen, sind in meinen Augen für solche Geräte nicht wirklich geeignet, weil sie ja noch eine entsprechende Elektronik oben drin haben. Und jedes Mal, wenn man den Strom einschaltet und ausschaltet, kann es auf Dauer gesehen zu Schäden kommen. Also von daher ist es grundsätzlich gut, wenn man einen vernünftigen Titanheizer hat und den dafür einsetzt und natürlich auf der anderen Seite ein entsprechendes Kühlsystem, je nachdem, womit ihr kühlen wollt. Gut, solltet ihr noch irgendwelche Fragen, Sorgen, Nöte, unsinnliche Anträge oder ähnliches haben, schreibt es mir runter in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, ich bin hier mit der Vorstellung durch und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer dieses Video schaut. Und es kommen noch garantiert weitere Sachen, die ich euch vorstellen werde für das neue Projekt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao. Ciao.